In dem Video will ich mir den Ford Mustern kaufen. Der fehlt mir auch noch. Ja, natürlich gleich verwenden. Dann erstmal die Body Kits. Oh ja. Boah, das ist heftig. Ja, dann lieber das. Ja, ganz klar. So, den Grill. Kann ich den anderen verwenden? Ja, der ist nämlich cooler. Den finde ich viel schöner. Ja, warum nicht? Nee, da bleibt die. Da nehme ich auch die. Scheinwerfer wie immer, geht nicht. Ja, da nehme ich die, ganz klar. Nee, bleibt so. Bleibt auch. Bleibt auch. Kann ich nicht bearbeiten. Das hier ist cool. Ja, ich nehme das. Den Auspuff, da gibt es bestimmt auch viele. Ne, das sind die die Besten. Ganz klar. Das ist einmal ohne. So weiter ist auch ganz gut. Ne, ich nehme den. Nein, der ist ein bisschen kleiner. Das Dach. Ne, ohne. So. So, dann kommen wir zur Leistung. Oder hat der schon ordentliche Leistung? Und dann kommen wir zur Leistung. Ja, auf welche Klasse mache ich den jetzt? Und dann kommen wir zur Leistung. Und dann kommen wir zur Leistung. Wer ist ja viel schneller. ja ich war auch nur teile ja den hier auf jeden fall die reifen müssen auch besser werden dann nehme ich die hier bremsen braucht man nicht ja viel kriegt er nicht da haue ich den drauf da wäre ich dann schon drüber ach da auch ja da auch weit drüber ja dann mache ich den auch für die S ist klasse ja der sieht schon richtig gut aus da auch wieder schöne Lackierung dann ausgesucht er driftet auch auch viel das ist nicht so mein zu dem driften aber der sieht verdammt gut aus das ist fährt sich gut ist okay ja das driften stört ein bisschen also mich stört es so Ok, das war es dann auch mit dem Video, aber der gefällt mir so gut, wenn ihr wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo, bis zum nächsten Mal.